Darauf haben wohl die meisten Fans von GZSZ gewartet, Philipp und Jessica küssen sich. Wie es dazu kommt, erfahrt ihr hier. Seit Wochen bahnt sich eine Love Story bei GZSZ an. Jessica, Nina Enzmann, hat sich in den Chefarzt Dr. Philipp Höfer, Jörn Schlöhnfugt, verknallt. Was sie für eine lange Zeit nicht weiß, er steht auch auf Jessica. Jessica gibt Philipp zunächst einen Korb. Darf ein leitender Arzt eine Beziehung mit einer angehenden Krankenpflegerin haben? Eine Frage, die sich Philipp und Jessica nach ihrem Fastkuss im Krankenhaus stellen, wir wissen beide, dass er unser Leben echt kompliziert machen wird. Und deshalb ist es besser, wenn wir Abstand halten, betont Jessica und erteilt Philipp schweren Herzens eine Abfuhr. Im Aufzug passiert es. Philipp und Jessica küssen sich. Doch ihre Gefühle sind stärker als die Vernunft. An Silvester kommen sich die beiden näher. Obwohl Jessica und Philipp sich weiter um betont professionellen Umgang bemühen, müssen beide immer wieder an ihren Fastkuss denken. Und prompt führt das Schicksal die beiden an Silvester um Mitternacht zusammen, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Tatsächlich passiert es, der Moment, auf den wohl alle GZSZ-Fans gewartet haben. Im Aufzug des Krankenhauses küssen sich Philipp und Jessica. In einer RTL-Vorschau ist die romantische Szene schon jetzt zu sehen. Die Folge ist am 22. Dezember ab 19.40 Uhr auf RTL plus Sternchen abrufbar.